So, jetzt haben wir zur Feier des Tages noch ein bisschen Rosinchen abgefahren. Aber da müssen wir mit Wanderern rechnen. Okay, jetzt lässt das Velo kalt. Und los. Leider schon ein bisschen dunkel. Ja, das Licht ist nicht mehr so gut. Ein bisschen gefährlich. Wenn du von hellen ins dunklen kommst, siehst du nicht viel? Die Bremsen packen wunderbar. Die Pnoe haben gerettet bis dahinten. Nicht so schön eingefahren. Ja. 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 Ja.